Wenn ich immer diese blaue Zeichensäge sehe, ja, da wird mir kotzübel, ja, ist ja gerade jetzt bei Facebook, da wollte ich was verbessern am Kommentar, ja, was sonst immer geht, da muss man rechts anklicken und dann steht Beitrag verbessern, also Beitrag löschen oder Beitrag sowieso oder Beitrag bearbeiten, ähm, das geht auf einmal nicht, außerdem habe ich bloß, jetzt wie hier auch bei YouTube, ähm, diese komische, äh, äh, Dreieck mit dem Schloss davor, ja, ähm, was ich sonst nicht habe, sonst ist da immer alle grün, warum das so ist, ähm, ist ja klar, ne, ja, also mir ist das klar, ja, äh, euch natürlich nicht, weil ihr könntet nicht glauben, ne, aber ich schon, ja, ich sehe da mittlerweile durch, wie die alle zusammenarbeiten und das, was ihnen nicht passt, wird gestört, ja, also meine Wenigkeit passt überhaupt nicht, ja, also stören die, ne, bei YouTube, bei Google, bei, äh, Facebook, bei allen Internetanbietern ist das immer dasselbe, ja, ja, versteht mal, das habe ich schon längst rausgekriegt, ja, aber das hält mich nicht auf, meine Botschaft, äh, äh, die ich für mich richtig halte, weiterzuleiten, das tue ich, da können die mich nicht aufhalten, Niemand kann Mr. Sound aufhalten, ist unmöglich, ja, irgendwann werden sie klein bei ihm, ja, weil warum, naja, geht nicht anders, ich bin immer der Ebener, immer, ich kann nicht verlieren, ja, nicht, nicht, weil ich nicht verlieren kann, sondern weil ich im Recht bin, deswegen nicht, ne, okay, ciao. Ciao.